Die Männer, sondern die etwas kleinere Ausgabe, nämlich mit dem Team der unter 9-Jährigen. In Frankfurt fand heute der sogenannte Kids Cup statt. Und schauen Sie ruhig mal ganz genau hin, denn vielleicht waren da heute ja schon die Stars von morgen zu sehen. SGE! SGE, Eintracht Frankfurt, wirbelt schon in der ganz kleinen Ausgabe. Kids Cup in Oberlad mit Action auf dem Platz, wie bei den Großen. Kids Cup der unter 9-Jährigen ist aber auch, einfach mal Spaß haben und ein Junge sein mit Hilfestellung bei den Klamotten. Schnick, schnack, schnuck in der Spielpause. Bayer Leverkusen macht Faxen vor der Kamera und Dortmunds Erling Haaland-Nachfolger haut sich noch eine Schokowaffel rein. Für Mami und Papi draußen gilt Fan sein Ja, Kommandos geben verboten. Das wollen wir generell im Jugendfußball überhaupt nicht sehen, dass die Eltern zu viel mitbestimmen von draußen. Die sollen ihr Kind anfeuern, es trösten, wenn es verloren hat, mit ihm jubeln, wenn es gewonnen hat und anderweitig einfach mal in Ruhe lassen. Im Viertelfinale trifft die Eintracht auf Mönchengladbach. Achtung, Freistoß Frankfurt, Nummer 8 steht bereit. Dann kommt Liam, sagt Stopp, okay, mach ich. Kurz die Lage checken und dann ab dafür. Was für ein Hammer, obwohl geht eigentlich ganz einfach. Ich habe halt in der Ecke geguckt. Aber es wollte doch erst ein Kollege von dir schießen, warum hast du den dann weggeschickt? Weil der mir doch das gesagt hat, dass ich schießen soll. Und der Trainer hat es auch gesagt. Und nochmal, das Ding hat gute Chancen beim Tor des Monats. Im Finale geht es gegen Breslau und die Eintracht hat keine Nachwuchssorgen. Bei den Talenten es folgt Ryans großer Auftritt 1-0 und alle Mann drauf. Dann das 2-0, wieder alle auf Ryan. Frankfurt gewinnt den U9 Kids Cup und wer weiß, einige der Jungs sieht man in ein paar Jahren vielleicht wieder für die Eintracht in der Bundesliga.